Herzlich Willkommen am Stand von Motoscout24 zur Präsentation des Grand Prix Team Kiefer KTM Racing. Backstage im Motoscout24. Werte Besucherinnen und Besuch der Messe Swissmoto 2018. Das ist mein super Brütsch. Das ist mein Schnellbrütsch. Siggi Siegerist. Siggi Siegerist. Er heisst eigentlich noch der Siegerist. Aber sein Spitzname ist Siggi. Hier ist die neue E-Maschine. Es freut mich natürlich sehr, dass wir das gestartet haben. Wir haben in der Rekordzeit die 100% in 12 Tagen und das ist sicher euer Verdienst. Dass ich jetzt auch wie Tests oder Material für diese Saison bezahlen kann. Und das ist natürlich sehr motivierend. Ja, ich probiere natürlich diese Saison Vollgas zu geben. Das erste Rennen ist am 18. März in Katar. Und diese Saison möchte ich in die Top 5 fahren. Mein Team ist hier. Wir präsentieren heute die Farben und ich freue mich riesig darauf. los. Ich kenne sie ab und hätte ich an das. Es war das jetzt zeker, wenn Sie uns tanzen sind. Das falei gut aus. Ich könnt euch an dem TheyL Silber und Analy тогда aus. Vielen Dank.